Der Togschütze in die Hand, Corny Langsteiner. Togschütze für Manchester, die 16, Godwill Koppongi. Der Togschütze in die Hand, Corny Langsteiner. Der Togschütze für R.B.A.B.S. in diesem 10. Jan Lokariske. Der Togschütze in Manchester United, die Elf, Duka Cotto. Jetzt im K.O. verfahren, ein Sieg liegt vor. Der Togschütze in die Hand, Corny Langsteiner. Vielen Dank. Top 50 für Leipzig, die 20. Menno Kaltiefleiter. Tor für Manchester, die 14. Albert Milz. Top 50 für Leipzig. Das ist die 17, Chandogra Reschke. Das ist die 17. Der Tor schießt. Tom Manchester, der Tor schütze die 11. Der Tor schütze die 8. Der Tor schütze die 14. Der Tor schütze die 16. Der Tor schütze die 16. Der Tor schütze die 16. Gopel Kokompi. Der Tor schütze die 16. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.